Auf halber Strecke, zwischen Weiden und Bayreuth, beginnt der Weg, der in das Dorf führt. Ringsum, weite Blicke. Verträumte Orte, ländlich, oberpfälzisch, ruhig. Früh fühlten sich Menschen von der Stille und Schönheit der Gegend angezogen und gründeten ein Kloster, aus dem ein einzigartiges Klosterdorf erwuchs. Willkommen in Speinsaad. Wer den Ort im Sommer besucht, trifft oft alle auf den Beinen. Die Jugend, die Frauen und Vater Lukas, der vieles zugleich ist. Aushilfshandwerker, Kulturmanager und Novize. Die Bautafel gehört zum Klostergasthof, der gerade renoviert wird. Wie manches andere, schon seit Jahren. Oben Klosterprodukte ist so weit klar. Hallo. Okay. Die Kasse hab ich schon alles gekriegt. Okay. Du gehst durch. Ich auch. Komm. Was mach ich den ganzen Tag? Ich versuch einfach diesen ganzen Laden hier als Kulturbetrieb so am Laufen zu halten, überhaupt vorzubereiten, dass es läuft. Das sind viele Termine immer wieder. Gespräche zu führen mit Leuten, mit Künstlern, mit Musikern. Das ist so der Tagesablauf. Wir haben jetzt vor eineinhalb Jahren mal angefangen mit dem Ganzen hier, hier eine internationale Begegnungsstätte zu betreiben und im Grunde genommen hat man die ganze Renovierungsarbeiten daraufhin auch auf den Weg gebracht. Wie es im Kloster bis vor kurzem aussah, erahnt, wer den Südtrakt gegenüber betritt. Vater Benedikt ist gerade auf dem Weg dorthin. Wir sehen hier den Zustand des Klosters, in das ich eingetreten bin vor 30 Jahren. Das war das Zimmer von Pater Sales, der ist hier gestorben. Und im Nebenraum war unser Speiszimmer. Und da gehen wir rein. Wieder ein bisschen Acht geben. Da ist jetzt ein Holzlattengewölbe. Ach, jetzt haben Sie doch abgebrochen, die Lumpen. Das erste Mal, als ich in Speinsart war, das war zwischen Weihnachten und Neujahr im Jahr 2007. Eine Fahrt in die kalte, karge, damals Menschenlehre für mich, Menschenlehre Oberpfalz in dieses Kloster Speinsart. Um eben zu gucken, ob das vielleicht ein Ort sein könnte, an dem ich mir vorstellen könnte, mein ganzes Leben zu verbringen. Und nach diesen ersten Tagen, wo ich hier war, dachte ich eigentlich, der Ort ist es nicht. Vier Patres bewohnten damals den 80-Zimmer-Konvent, in dessen Zellen alte Öllöwen standen, ohne fließendes Wasser. Es war halt auch damals abschreckend. Es war eine damals relativ alte Gemeinschaft. Es waren keine jungen Mitbrüder da in dem Sinn. Es gab nicht wirklich eine Perspektive für die Zukunft für dieses Kloster. Es war diese Idee da, eine Begegnungsstätte da aufzubauen. Aber über all dem ist die Frage geschwebt, wie sollte es funktionieren? Der jüngste Chorherr war über 60. Ähnlich alt wie das Mobiliar. Als ich kam, war gerade der zweite Bauabschnitt fertig. Der dritte Bauabschnitt war voll im Gange. Es gab keinen richtigen Eingangsbereich zum Kloster. Die Fußböden waren aufgerissen. Es haben Zwischenwände, Zwischendecken teilweise gefehlt. Man hat viel Fantasie gebraucht, um sich überhaupt was vorstellen zu können von dem, was da mal entstehen soll wieder. Die Gesamtbauzeit? 20 Jahre. Aber es ist doch irgendwas sehr erwacht, eine Liebe zu diesem Ort. Weil ich für mich erkannt habe, dass das der Ort ist, an dem ich leben möchte. Und dass es vor allem ein guter Ort ist, wo sich was entwickeln kann auch für die Zukunft. Und daran hat sich bis heute, fünf Jahre, nachher nichts verändert. Im Gegenteil, es bleibt und wächst weiter. Dieses Feuer, diese Leidenschaft für diesen Ort. Im Grunde, sagt etwa der Bürgermeister, schlief Speinsart jahrzehntelang den Dornröschenschlaf. Abgelegen am heisernen Vorhang. Und unberührt. Wie ein vergessener Schatz. Klosterdorf Speinsart ist ja ein sehr altes Dorf, historisch wertvolles Dorf. Weil Speinsart eine lange Zeit unsicher war, ob es eine Zukunft hat. Da waren halt eine Reihe von Gebäudlichkeiten, die waren also im sehr schlechten Zustand. Das waren die ersten Gebäudlichkeiten, die wir wirklich gedroht haben einzubrechen. Und die Einwohner sind also lieber in die Siedlung gezogen, als in Speinsart etwas zu tun. Ähnlich ist es mit dem Kloster gewesen, weil kein Nachwuchs gekommen ist. Und insgesamt war also die Zukunft nicht sehr rosig. Und dann ist also vor 25 Jahren der Anstoß gekommen. Die Gemeinde hat gesehen, da muss was geschehen. Und es sind eine Reihe von staatlichen Behörden auf Speinsart aufmerksam geworden. Und man also gesehen hat, da ist ein Juwel in der nördlichen Oberpfalz, das erhalten werden sollte. Und seitdem haben wir also die meisten saniert. Das alte historische Dorf zeigt sich jetzt in einem neuen Kleid und ist auch wunderschön geworden. Das Dornröschen ist aufgewacht, sagt Albert Nickel. Und es pulsiert das Leben. Zum Beispiel in der Klosterküche. Bei Rita Ratz und Jutta Buntscherer. Oder bei Rita Wiesend. Danke auch. Servus. Im Büro, das den Seminarbetrieb organisiert. Oder in der Bibliothek. Dem Reich des Prios, der sich gerne in die Geschichte vertieft. Zwischen Büroarbeit und Seelsorgetermin. Ich darf kurz rangehen. Und bei ihm. Vater Lukas, Noster Speinsart. Dem Leiter der Kulturmaschinerie. Zwei neue Novizen sind zudem eingetreten. Und die übergeordnete Abtei hat einige Aushilfskorherren geschickt. Wie Pater Andreas. Peter Nasser ist der jüngste Zugang. Der künftige Klosterwirt. Drei Monate noch, dann ist Eröffnung. Seit 2012 ist die internationale Begegnungsstätte von Speinsart in Betrieb. Wir sind jetzt hier im Musiksaal des Klosters. Ehrlich der Festsaal unseres Klosters. Der vor wenigen Jahren aufwändig restauriert worden ist. Strahlendes Rokoko, ziert Wände und Decken, wo früher zeitweise ein königliches Forstamt und später ein Altersheim war. Ein Abstellraum, ein Stuhllager für den Musiksaal, für die Veranstaltungen, die wir draußen anbieten. Ganz praktisch dafür, aber eben doch noch ein Relikt aus alten Zeiten. Die Ausstattung stammt aus der Blütezeit des Klosters, als die Prämonstratenser Abtei das geistige und kulturelle Zentrum der Gegend war. Ja, hier sind wir jetzt in der Prelatur die ehemalige Wohnung des Abtes. Dieser Raum hier war das Arbeitszimmer des Abtes. Wir sind im Wesen mit einem wunderschönen Deckengemälde, auf dem das Thema der Gastfreundschaft hier zu sehen ist. Kurpfälzische Gesandte gingen darunter ein und aus und Vertreter der Bayreuther Markgrafen. Und schließlich hier als letzter Raum dieser Suite das Schlafzimmer. Und große Unternehmen, Firmen sind hier und machen Klausurtage. Und gerade dafür wird diese ehemalige Prelatur sehr gerne gewählt, weil es wirklich ein sehr zurückgezogener Ort ist mit Stille. Noch wird die Ruhe des Ortes allerdings gelegentlich gestört. Von Speinsart der Baustelle. Georg Zoner, der Architekt, ist da zum wöchentlichen Jour Fix. In die alte Klosterwirtschaft soll bald ein modernes Restaurant einziehen, mit angeschlossenem kleinen Hotel. Von der Wohndenkmalpflege wissen wir ja, dass da Reste drinstecken von anderen Gebäuden. Aber da herinnern, wie das immer wieder umgebaut worden ist. Wir backern seit Jahren an diesem Projekt. Und jetzt wird's endlich mal. Jahrzehntelang war das historische Wirtshaus zuvor verpachtet gewesen. Dann marode geworden, dann leer gestanden. Seitdem gab es für Touristen und Seminarbesucher außer Sonntagnachmittags nicht einmal eine Tasse Kaffee. Ich sehe natürlich die Belastung, die auf uns zukommt. Es ist natürlich auch für uns eine völlig neue Situation. Auch für mich. Ich habe auch noch nie einen Gasthofbetrieb geleitet oder begleitet. 80 Restaurantplätze, 28 Gästebetten, die es zu füllen geht. Schon demnächst. Es gibt eine Stimme im Hintergrund, die zuversichtlich verkündet, dass das September, oder? Das scheint auch realistisch. Und der Architekt sieht in dem neuen Wirtshaus bereits eine Art Lebenselixier, das bald das ganze Dorf beleben wird. Mindestens. Ja, die Herausforderung an dem Ort ist einfach, dass dieser Ort einfach mein Leben ausstrahlt. Der wurde ja gegründet, schon ewig alt, damit hier was passiert. Dann ist er irgendwann immer wieder unterschiedlich ausgebaut worden und immer wieder verlassen worden. Und wieder besiedelt worden ist er ja auch erst wieder nach dem Ersten Weltkrieg. Und ich fand das total spannend, wie man sich bemüht, seitens des eigentlichen Ortes wieder ins Leben zu rücken. Und natürlich ist es ein wunderschöner Ort an sich selber, vom Denkmal her natürlich auch. Aber an sich selber, so klein und beschaulich wie er ist, das ist wunderschön hier. Der Klosterhof. Rund 60 Speinsharter wohnen in den früheren Ökonomiegebäuden. Im historischen Dorf, wie Bürgermeister und Einheimische sagen. Einschlägige Kunstführer bezeichnen es als Baudenkmal von europäischem Rang. Kein Umbau, kein Anbau stört die intakte Erscheinung. Ergebnis eines kollektiven Kraftakts. Namens Dorferneuerung. Das ist eine Vision gewesen, die begonnen worden ist in den 80er Jahren und im Vorgängen. Die Leute wollten zeitgemäße Wohnverhältnisse und das unter einen Hut bringen, geht letztendlich nur, wenn man es saniert und dann auch mustergültig saniert. Und das war am Anfang ganz schwierig. Die Skepsis war groß. Oder im Laufe der Zeit ist die Skepsis gewichen. In der Meinung, man muss da dabei sein, man muss mitmachen. Und dann war zum Teil auch sogar Begeisterung da. Und jetzt ist er weitgehend saniert und ich glaub, der Speinsharter sind alle froh und sehr stolz, dass sie in Speinshartern wohnen dürfen. Hinter den Häusern? Versteckte, uneinsehbare Gärten. Wieder der Zeitlass. Sind da deine Überlegungen schon weiter geteilt, dass da hinten ein Wohnraum entsteht, in der ehemaligen Scheune oder Stall oder Schlosserei und alles, was schon war? Wir würden uns halt vorstellen, große Wohnräume mit weichen Flächen. Die Scheunen von Speinshartern liegen uns natürlich auch am Herzen, weil die ja Teil von Speinshartern sind. Wenn die Scheunen auch so weg sind, dann schaut das nicht mehr so schön aus. Und deswegen ist es auch gut, wenn einmal eines saniert wird, der anderweitig verwendet wird. Weil ich hab sonst Angst, dass die irgendwann mal verfallen und dann eigentlich auch das Bild ein wenig versprechen soll verändern. Die Scheunen stammen noch aus der Zeit, als aus Speinshartern ein Dorf wurde, ab 1803. Das Kloster war gerade säkularisiert. Und Bauern aus der Gegend kauften sich ein. Mauerverstärkung. Elisabeth Seidler begann ihr Haus ab 1992 zu renovieren. Mit ihrem Sohn Alexander. Dass sich das alles verfestigt wieder. Ja, viel Arbeit sieht man da. Der große Aufwand war eigentlich, erst einmal das Ganze zu entkernen. Einmal die Substanz herzustellen, dass man wieder was aufbauen kann. Die ganzen alten Putze und Fenster und Dach und was halt alles weg muss. Das war eigentlich schwierig. Viel Eigenleistung, die ganze Freizeit. Das waren schon drei harte Jahre. Ja, kommen wir noch länger vor als drei Jahre. Ursprünglich war in einem Teil die Klosterwagnerei untergebracht. Den anderen haben die Zeidlers Ende der 80er Jahre von Nachbarn übernommen und zum Mehrgenerationenhaus umgebaut. Für die Mutter und die Familien ihrer beiden Söhne. Also, ich glaub, dass wir als Privat die Häuser ja viel früher saniert haben als das Kloster. Und, glaub ich, schon was angestoßen haben. Weil dann auch in Bewegung gekommen ist. Und ich weiß nicht, was draus geworden wär. Wär's vielleicht vereinsamt und ausgestorben. Und auf jeden Fall wär's traurig gewesen. Bilder aus dem Gemeindearchiv. Kloster und Dorf drohte schlicht der Verfall. Ein Samstag kurz darauf. Ja, der Klosterflohmarkt ist eröffnet. Der Konvent misstet aus und hat die Schnäppchenjäger geladen. Die ausgemusterte Vergangenheit steht zum Verkauf. Die sind ausgezeichnet für 5 Euro. 10 Euro dann bitte. Wenn man da hinter geht, ist es besser. Da ist es schlechter. Die meisten Gegenstände, die wir sehen, das meiste Möbel, stand wirklich in den Räumen, die wir genutzt haben hier im Kloster. Die einfach ausrangiert worden sind. Kannst du mitnehmen? Gerne, ja. Kannst du mir Namen sagen noch? Jawohl. Drei Euro. Wir standen ja vor der Frage jetzt hier bei uns im Kloster, ob wir die Dinge für viel, viel Geld, das wir eigentlich gar nicht haben, zu restaurieren oder einfach zu sagen, gut, wir trennen uns davor, um eben die Kassen auch ein bisschen zu füllen wieder für die gesamten Baumaßnahmen. Perfekt, okay. Und viel Freude mit, gell? Aus der Kirche sind die. Haben wir gehört. Sonderpreis 50 Euro beide. Okay, dankeschön. Spainsart, das Projekt der edlen Spender und Förderer. Ohne ihre Unterstützung, sagt Frater Lukas, wäre das Bauprogramm nicht zu realisieren. Sechs Stunden danach. Morgen haben wir nicht frei. Morgen heißt es hier wieder aufräumen. Montagfrüh wollen die Handwerker weiterarbeiten, hier im Klostergasthof, damit sie auch im Herbst eröffnen können. Und am Nachmittag stehen Führungen am Programm. Jede Führung strebt über kurz oder lang demselben Ziel zu. Der Kirche. Spainsarts kostbarster Preziose. Ein Werk der Brüder Dinsenhofer, das kraftvoll seine frohe Botschaft verkündet. Architektur verschmilzt in Stuck, verschmilzt in strahlend leuchtende Gemälde. Barock in Perfektion, das die Kunstsinnigen anzieht. Jedes Wochenende. Da ergeben sich manchmal lustige Situationen. Es sind schon das ein oder andere Mal gefragt worden, ob wir hier Angestellte sind oder wann das Museum wieder eröffnet. Und dann erklärt man ihnen, dass es hier Privateigentum ist und wir hier privat Haus an Haus mit den Nachbarn leben. Dann sind die meisten interessiert dran und wollen auch wissen, wie wir so leben. Ja, ich hab von der Nachbarin schon gehört, dass bei ihr die Leute im Haus stehen, wenn sie irgendwie vergisst, die Tür zuzumachen. Aber ich denk, wir Spainsater nehmen uns trotzdem nach wie vor in erster Linie als ein normales Dorf und als ganz normale Familien wahr. Und dass für andere Leute einen anderen Blick drauf haben, da müssen wir uns erst noch dran gewinnen. Barbara Müller wohnt in einem Turm, auf ihre Weise. So, und das ist mein Badezimmer. Klein, niedrig und rund. Ja, war früher immer Kartoffelkala und mir gefällt's gut. Eine Besichtigung über drei Etagen. Ja, und das ist das eigentliche Turmzimmer. Da hab ich jetzt ein rundes Schlafzimmer, ungewöhnlicherweise. Das war ja im Mittelalter eben der Wehrturm. Im Mittelalter war der wohl auch nicht allzu viel höher als jetzt, aber zumindest hatte er ein schönes Spitzdach. Und im Barock haben sie den wahrscheinlich etwas abgetragen und dann das Dach so drüber gezogen, sodass er jetzt fast eingebaut ist. Jahrelang brütete sie mit ihrer Familie über dem alten Gemäuer. Wir wussten, das Gebäude stellt unter Denkmalschutz, man kann's nicht einfahren. Also muss man Geld investieren. Und dann ist natürlich die Überlegung, wenn man diesen Schritt anmacht, dass man dann hinterher wieder bloß das Gartenwerkzeug darin unterstellt, ist dann blöd. Und dadurch haben wir dann eben das Überlegen angefangen, überhaupt das auszubauen. Und natürlich ohne den Zuschuss vom Denkmalamt und von der Dorferneuerung war es auch niemals möglich, so ein Haus herzurichten. Weil wenn's da natürlich die Kosten im Verhältnis zu den Quadratmetern setzt, ist ja das mit samtem Zuschuss noch ein teurer Spaß. Also insgesamt gebaut haben wir ja fast zehn Jahre. Oben im Dach, da war ja nur ein Bretterverschlag, da hat's ja überhaupt keine Wand gegeben, weil das ja im Frühjahr alles zusammengekehrt hat bis 1803. Es atmet Geschichte. Und es sind halt einfach diese besonderen Wohnsituationen. Also, ja, ein Neubau mit rechtwinklichen Zimmern, der wär natürlich viel einfacher zu möblieren, aber andererseits kann man halt da auch was ganz besonderes machen. Zehn Jahre und aus einem etwas groß geratenen Abstellraum ist eine intime Wohnung geworden. Gegenüber bemerkt der Prior in 18 Jahre lang geduldig erprobt im Amüsement dauern die Bauarbeiten schon deutlich länger. Es geht seit 1995, man gewöhnt sich. Man muss jetzt eher Bedenken haben, wie man sich fühlt, wenn keine Renovierung mehr ist. Großes Problem war die Statik. Ich sag's mal als Laie. Die Dachfüße sind abgefault. Das Dach schiebt nach außen, drückt die Mauer nach außen. Das Gewölbe steht irgendwann in der Luft. Das ist dann noch nicht dramatisch, aber natürlich bedenklich. Aber da müssen wir jetzt sauber durch, das hilft nichts. Und wir hoffen, dass dann auch auf Dauer natürlich funktioniert. Wir haben wirklich Räume aus dem 18. Jahrhundert freigelegt, wo man, wir würden die Farbe heute Pink nennen, wo alle aufgehenden Wände einschließlich des Gewölbes in dieser Schmiere gepinkt waren. Eine etwas grässliche Vorstellung für mich, in so einem Raum zu leben. Vielleicht ist auch Pink nicht meine Farbe, ich weiß es nicht. Okay. Das ist das einzige Beispiel, was noch für uns erhalten ist, wo man eine Decke wirklich sehr kunstvoll bemalt hat, auf blauem Grund. Und dieser Raum war offensichtlich noch nicht überstrichen. Was da raus wird? Also die Frage ist immer zweierlei. Die Frage ist erstens, welches Konzept hätte man gerne? Und das Zweite ist, kann es bezahlen? So, aber jetzt machen wir dicht. Da die Blümchen, die Blümchen. Schauen Sie mal dahin. Und dann geht der Prior wieder. Zeit für ein kurzes, zurückgezogenes Mittagessen im Konvent. Neun Prämonstratenser leben wieder in Speinshard. Das mitten in der Veränderung steckt, sagen die Novizen. Johannes Bosco und Korbinian. Wenn Feste sind, wenn Events sind, ist das ganze Dorf auf den Beinen. Also wenn ich da an unsere Kloster nachdenke, die wir ja letztes Jahr mal probiert haben und heuer noch mal, was da die Dorfgemeinschaft, die Vereine mitgearbeitet haben. Die beiden gehören seit wenigen Jahren dazu. Das Klosterdorf selber muss manchmal sehr viel mitmachen. Also wenn da dann wieder alles zugepackt ist, wenn da große Konzerte sind. Ist klar, dass da ein Rambazamba ist. An solchen Tagen sind viele eingespannt. Speziell beim größten Fest, der erwähnten Klosternacht. Über Monate ziehen sich jeweils die Vorbereitungen. Der Festtag selbst verläuft nach Generalplan. Imbissstände sind vorzubereiten. Von der Klosterküche. Und ihren Helferinnen. Die Dorfrauen sind immer mit von der Partie. Und Flyer, Bühnen, Stühle, Sanitäter sind zu organisieren. Inklusive Großreinemachen. Auch auf der Baustelle, die sich diesmal in anderem Licht präsentieren will. Der Hausmeister, die Köchinnen. Alle hantieren, schleppen. Und auch die Speinsart-Jugend ist da. Freiwillig. In Zweischichtbetrieb. Mindestens 1.000 Besucher werden erwartet. Oder auch 2.000. Zu Konzerten, Lesungen, Ausstellungen, Meditationen. Vor romantischer Festbeleuchtung. Dafür sorgen die Bewohner. Pünktlich mit Einbruch der Dämmerung, wenn Speinsart das Klosterdorf zur Festmeile wird. Durch die sich Heerscharen beeindruckter Besucher drängen. Vor dem zierlichen Kulissenprospekt des Barock. Das ist ja nicht geil. Wir brauchen nur als Blut zu trinken. Am nächsten Tag herrscht wieder Ruhe im Dorf. Die Georg Müller sogleich für ein wenig Instandsetzen am alten Richterhaus nutzt. Seit sechs Generationen lebt seine Familie darin. Das Kloster hat sich auch total verändert. Es öffnet sich halt ein bisschen das Kloster, im Gegensatz zu früher und durch die Begegnungsstätte sowieso. Es kommen viel mehr Leute aufs Sponsert. Im Grunde war das Kloster zuvor eine Art riesiges Prilatenhaus, dessen Einstieg war ein und ein einziger zugänglicher Teil das Pfarramt war, erzählt Gabi Müller, die Ehefrau, die aus einem Nachbardorf stammt. Die Patris kennt auch sie seit klein auf. Irgendwie hab ich das Gefühl, das Dorf und das Kloster, die gehören zusammen. Das untere noch? Das untere ist noch, ja. Früher war's zwar ganz getrennt, also hat man mit dem Kloster nicht so viel zu tun gehabt. Aber mittlerweile, durch unsere Konzerte, kann man im Kloster halt auch ein- und ausgehen. Und ich find das schon schön. Speinshard und die Speinsharder, eine ganz besondere Liaison. Speinshard ist ja ein kleines Dorf. Und wenn sich dann im Kloster was tut, sind dann die Speinsharder voll mit dabei. Vom Handwerklichen her kann mein Mann dann ab und zu mal helfen, mal mit Umräumen. Wenn wir gebraucht werden, wenn da hinten in der Veranstaltung ist. Und wir machen halt im Service, also Ausschenken dann nach einem Konzert. Eine Begegnung ist ja da großgeschrieben bei uns nach einem Konzert. Und ohne freiwillige Helfer oder ehrenamtliche Helfer könnte das das Kloster ja nicht machen. Man kann die Kräfte nicht bezahlen. Auf der Baustelle im Wirtshaus läuft der Walde Innenausbau an. Und das Kloster bereitet sich vor auf seine wiedergewonnene Rolle als Gastgeber. Wir werden halt hier Arbeitsplätze schaffen, was auch ein positives Signal ist. Diese Menschen müssen bezahlt werden. Und die große Preisfrage ist, ob wir es hinbekommen durch einen ordentlichen Service, durch ein ordentliches Angebot und durch eine zahlreiche Kundschaft, dass das Ganze sich zumindest zu einem Nicht-Verlust-Geschäft rechnet. Provisor und Wirt trifft man derweil über Prospekten vertieft. In die Bauherrenqualen der tausend Entscheidungen. Das Kassensystem muss ja dann ein Hotelprogramm, das muss alles eingerichtet werden. Dass alles dann am Surfer läuft, dass das mit der Buchhaltung dann auch funktioniert. Ja natürlich, welche Kaffeemaschine nimmt man? Welchen Kaffee? Welchen Wein? Welches Bier? Welchen Koch? Den haben wir jetzt Gott sei Dank schon. So toll. So wie drüben im Konvent. Waschen, kochen, abspülen. Ab 6 Uhr früh. Weil die Chorherren ihren eigenen Rhythmus leben. Den des Mönchseins. Das morgens meditativ mit der Laudes beginnt. Und des Pfarramtes, das oft spät in irgendeinem Nachbarsdorf endet. Unten in der Kirche ist Innes Pater Hermann, der leitende Abt aus Windsberg eingetroffen. Seit Jahren schiebt er den Wandel mit an. Spänser ist natürlich ein Ort für mich, der jetzt durchaus in Aufbruchstimmung ist. Hier war ja, sagen wir mal, einerseits die Bereitschaft da, das Kloster wieder zu renovieren und zu restaurieren. Und dann war natürlich klar, also ja, restaurieren ein Kloster, aber mit welchem Zweck, mit welchem Ziel? Also wenn da niemand drin wohnt oder wenn da nichts stattfindet oder wenn da keine Menschen irgendwo auch sich begegnen können, nur ein Museum zu renovieren, das bringt es ja nicht. Also das war sicher mit ein ausschlaggebender Punkt zu sagen, ja gut, dann werden wir uns als Orden engagieren und zu sagen, okay, wir versuchen jetzt, diese Gemeinschaft zu verlebendigen, zu verstärken. Und wir werden sehen, wir glauben ja auch an die Auferstehung, wenn so eine Gemeinschaft, also wirklich, wenn es der Herr will und es fügt, dann wird hier auch wieder was Neues wachsen. Zweimal, sagt der Abt, wurde Spänsart in 850 Jahren schon aufgehoben und zweimal wieder besiedelt. Zuletzt 1921. Mehr als zu fünft waren die Patres seither aber nie. Wenn ein Konvent überaltert ist, und das waren wir, dann ist das für einen jungen Menschen grundsätzlich ein Problem, diese Schwelle zu nehmen. Er tritt in den Konvent seiner Väter und wenn es schlimmer kommt, in den Konvent seiner Großväter ein. Das ist zunächst mal ein Schreckensbild. Das ist normal. Wenn dann einer den Schritt wagt und bleibt, ist das für die Nächsten, die sich interessieren, bereits eine bedeutend niedrige Schwelle. Das war jetzt der Erste, der hier wieder in Spänsart eingetreten ist. Wie war's? Es ist nicht indiskret. Für mich war's spannend eigentlich auch. Vor allem auch spannend, die letzten Jahre so zu sehen, was sich hier in Spänsart verändert hat, getan hat. Jetzt nicht nur baulich, sondern wirklich auch in der Gemeinschaft. Ja, was blüht auf. Es sind junge Mitbrüder da. Es sind jetzt drei junge Fradres, die hier ihre Ausbildung genießen, die schon studiert haben oder jetzt dann das Studium beginnen. Und ich bin ja mitten im Studium. Bei mir war's jetzt eigentlich nicht mehr so überaltert. Ich denk schon, dass das ein Problem ist, wenn einfach eine Generation fehlt. Weil einfach die ältere Generation zu einer ganz anderen Zeit geboren wurde. Es sind auch Kinder ihrer Zeit. Und dann kommt dann halt eine jüngere Generation, praktisch die Enkelgeneration. Das ist halt ein großer Unterschied dann. Drei Mal am Tag treffen sich die Patris zur Contemplatio, zum Leben in der Stille. Sofern die Aktion, ihr Leben draußen, Termine freilässt. Draußen wartet schon Georg Zoner, der Architekt. An der mit Planen verdeckten Schauseite der Abtei. Okay, dann machen wir jetzt mal quasi die untere Achse, so wie es vorgegeben ist, durch. Die untere machen wir verkürzt bis zu den alten Ankerplatten. Der Südflügel ist der älteste Trakt. Und der letzte, der noch auf das Ende der Instandsetzung wartet. So, aus der Küche ins Reflektorium. Ja, also hier sehen wir jetzt eigentlich total spannend, das erste Mal wieder den eigentlichen, so wie es vom Erbauer gedacht war, Raumeindruck. Das war ja hier in meinem Pferdestallung auch eingebracht, in den kleinen Bereich, wo ich jetzt stehe, wo die Wand hier sich noch abdrückt. Oben drüber war quasi eine Stallung drin. Da haben sie eine Tür reingebrochen für Pferde. Und jetzt haben wir das wieder geöffnet und haben es eigentlich wieder sehr gut rekonstruieren können. Denn wir haben ja immer noch die original Putze drunter und wir müssen ja auch die wieder versuchen sichern, retten und wieder, wenn es geht, hervorbringen. Also das denke ich mal so eineinhalb Jahre hier noch drin. Einer der Räume nebenan diente zeitweise als Feuerwehrgerätehaus. Daseinsabschnitte aus der Geschichte eines Klosters. Auch im Dorf steht noch ein Haus, für das es große Pläne gibt. Vom Bürgermeister, Albert Nickel. Das ist also noch eines der wenigen Gebäude, das noch auf die Sanierung wartet. Es hat ja historisch gesehen sehr verschachtelte Eigentumsverhältnisse im Klosterhof in Speinsack gegeben. Das heißt, nach der Sekularisation ist versteigert worden das gesamte Dorf. Und da haben also dann einzelne Wohnungen, nur zwei, drei Zimmer sind es also bestanden, die einzelnen Wohnungen. Da war der Nachbar oberhalb ein anderer wie links oder rechts. Vor der Säkularisation war das Haus wie die übrigen Teil des großen Klosterguts, das bis in 30 Kilometer entfernte Dörfer reichte, mit Bäckerei, Schmiede und Ställen. Und da in der Tordurchfahrt ist also jetzt noch so, dass die Tordurchfahrt genau in der Mitte geteilt ist. Die Treppe ist also direkt über dem Tor. Und das, was vielleicht nicht optimal ist, normalerweise gehört es am linken oder zum rechten dazu. Aber das ist halt historisch gesehen noch so. Seither gibt es deshalb auch mehrere Haustüren, die ins Innere führen. In die Räume im Erdgeschoss gelangt man nur durch die kleine Seitenpforte. Die ursprünglichen Eigentümer, die sind weggezogen, haben das dann veräußert an die Teilnehmergemeinschaft Speinsa 2 vor gut zehn Jahren. Und seitdem ist also nichts mehr geschehen. Da sieht man halt die besonderen Schäden an allen Gebäudlichkeiten sind. Saal Peter, das ist natürlich aufsteigende Feuchtigkeit immer ein Riesenproblem. In dem Gebäude sind auch strukturelle Veränderungen passiert bei der Erbauung. Also da waren also da nur Pfeiler drin. Das war also ein großer Raum und später sind also dann verschiedene Wände eingezogen worden. Ich kann mir also wirklich wunderschön vorstellen. Das Gewölbe dann wieder hergestellt ist und diese Pfeiler wieder heraus sich kristallisieren. Also das wird ein wunderschöner Raum. Und ich stelle mir natürlich vor, dass das vielleicht auch mal als Traumszimmer der Gemeinde Speinsa 3 wird. Also an dieser Stelle werden dann junge Paare vermählt. Ich kann mir vorstellen, das ist also ganz was Besonderes in den historischen Gemäuern des Klosterhofes in Speinsa 3. Vielleicht gibt es für derlei Anlässe bald ein Speinsa 3 Package. Heiraten mit Klosterkonzert. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es freut mich natürlich, dass Sie in einer so großen Zahl heute Abend hierher zu uns nach Speinsa 3 gekommen sind, zu diesem Benefizkonzert für die Gesamtsanierung der Klosteranlage Speinsa. Das Salonorchester Neustadt an der Waldnaab ist da. Ein Ensemble von 50 Laienmusikern aus der halben Oberpfalz, das grundsätzlich gagenlos für wohltätige Zwecke spielt. Gegeben wird ein Potpourri aus Verdi und Offenbach, mit dem üblichen Spendenkorb am Ende. Wegen der gewaltigen Gesamtkosten für das Großprojekt Klosterrenovierung. 500.000 Euro fehlen noch immer, zur großen Sorge der Patris, deren finanzielle Situation ohnehin angespannt ist, solange die drei Novizen studieren. Was außerdem fehlt, sind sechs Wochen später im Klostergasthof 1000 letzte Handgriffe und die halbe Möblierung. Alle Schreiner, alle Mitarbeiter sind anwesend zum Eröffnungscounter. Da krieg ich ja einen Halbherz-Kasper. Das brauchen wir unbedingt, dass wir diese Sachen fertig haben, die halt bitte sauber ausschauen müssen. Das sind halt im Prinzip die ganzen Randfußbereiche. Kartoffen haben wir zum Beispiel jetzt auch noch keine. Ja, aber da haben wir da jetzt locker 20 kleinere Punkte. Oder wann fangen Sie denn mal an? Sieben sind wir dann. Ich würde mal sagen, wir haben nicht einmal noch 24 Stunden und haben so viel Holzbrettl, dass wir den ganzen Wald umnageln müssen. Ja, das wäre gut, ja. Jetzt kommt in einer Stunde oder in einer halben Stunde kommen wir noch so die Tische Stühle, die brauchen wir noch. Aber das schaffen alle das glaube ich nicht. Aber es wird so auch schon, dass die wenigsten erkennen, dass noch was fehlt. Immerhin, im Hotelbereich trocknen gerade die neuen Farben. Hat lang gedauert. Und selbst die Betten sind getestet. Von einer Geburtstagsgesellschaft. Zur Generalprobe. Mit Zufriedenheit. Also wir freuen uns wahnsinnig, dass es fertig wird. Ich muss sagen, das ist das schönste Ereignis seit meinem Amtsantritt vor 17 Jahren als Bürgermeister, dass die Klostergastwirtschaft jetzt fertig wird und damit einfach mehr Leben in Speinsort reinkommt. Eine halbe Stunde später ist auch die lang erwartete Lieferung eingetroffen. Aus Italien. 20 Stunden noch für 20 Tische, 80 Stühle. Und anderes. Da haben wir jetzt die zwei leichten Weizen und den Rohsaft drauf. Und jetzt sehen sie beide Tische nebeneinander und entscheiden, was zahlt denn der Gast. Außerdem gilt es, das Personal einzuweisen. In die endlich zum Laufen gebrachte Computertechnik. Und mit dem Kochen zu Beginn. Und später alles wieder sauber zu machen. Und vieles mehr. Punkt 18 Uhr am nächsten Tag ist selbst der Bauschutt im Klosterhof beseitigt. Die Spannung löst sich und es gibt Sekt. Zehntausende Besucher zählt Speinsart das Gesamtkunstwerk inzwischen jährlich. Ergebnis von 30 Jahren Arbeit plus staatlicher Förderung. Der Rest verbrachte die schiere Passion. Scherbenklirren, die für den Aufbruch des Barockdorfes Glück verheißen. Dann geht es zum offiziellen Teil. Ich darf Sie und euch alle ganz herzlich begrüßen. In unserer neuer restaurierenden und komplett neu gestalteten Klostergasthof in Speinsart. Ich glaube, mit dem heutigen Tag geht ein lang gehegter Wunsch vieler Bürger in Speinsart. Die Gaststätte war ein großes Gefangen für uns, auch finanziell so einen Betrieb aufzubauen jetzt. Und wir hoffen halt, dass er auch was zurückkommen lässt, damit die gesamten Sanierungsarbeiten am Kloster überhaupt auch weiterlaufen können. Jahrelang haben der Bürgermeister, die Patris, die Speinsarte auf diesen Tag gewartet. Und nun? Sie sehen hier die Stühle im Kurgestühl. Schön ist es natürlich, wenn das mal voll würde. Aber ich bin jetzt nicht vermessen und bin auch realistisch. Aber ich denke, wenn so ein Konvent zwischen 10 und 15 in den nächsten 20, 30, 40 Jahren anwächst, dann ist das schon sehr positiv. Durch das, dass jetzt das Kloster offen ist und durch die Begegnungsstätte wird's vielleicht das Dörfliche schon ein bissel verlieren. Aber das Kloster lebt ja irgendwann einmal davon. Und ein Dorf muss sich halt auch weiterentwickeln, weil wenn man stehen bleibt, dann hat's halt keine Zukunft. Ja, wo wir hinwollen, schauen wir mal, wo es hingeht. Ich glaube, wichtig ist erstmal, dass wir hier als Raum wahrgenommen werden, als Kloster wahrgenommen werden, wo Menschen hinkommen können, um einander zu begegnen. Im Glauben, in der Kunst, in der Kultur. Und wenn es das gelingt, dass wir Menschen begeistern können hier bei uns, dann sind wir am Ziel. Dann stoßen die Patris, der Bürgermeister, die Speinshatte an, auf dieses wiedererweckte Dornröschen. Und seine Zukunft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Orgernisse Die Orgernisse Die Orgernisse